ich weiß nicht was mit diesem das geil sind muss ich anscheinend von der anderen Seite holen nein so ok hier muss ich mich festhütteln damit ich was machen kann alles klar es geht runter das ganze Zeug hier es geht runter es geht runter es geht runter koop 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 das schaffst du nicht schaffst du nicht schaffst du nicht schaffst du nicht nein wie soll ich denn drüber hochkoppeln so schnell kann ich gehen so schnell kann ich gar nicht laufen Hallo? Ich verscheuche euch. Ah, ok. Macht klar. Ich kann die da mal so verscheuchen. Komm mal. Geht weg. Ich riecht ganz komisch. Nein! 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 Oh. Oh. Anh ta, anh ta. Oh. Oh. Alles modrig aufpassen, alles gammelig hier. Ein Auto. Drecker. Und da kann ich jetzt bestimmt auch die Bremse lösen. Wasser, 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 Nein, 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 Wasser, 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 Nein, warum klettert der dann nicht so schnell? Wasser. 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 Wasser, 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 Er savvy. Er ist noch kr� ravig. Für mich eine McKinian hat den Winz amazed, dass ich gerne bin. Es bleibt so schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Oh, da kommt ich ganz hin, ok. Ah, ok, dann wollen wir festhalten, hab ich eben noch nicht gesehen. Nein, immer noch hält die Tochter oben fest. Man sollte auf die richtige Tastaturieren, dann geht das alles viel einfacher. Nein, nein, bitte. Da ist die. Genau. Genau. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt schon geht von der Seite. Ähm. Jetzt geht es mir der ganzen Chippe wieder zurück. Ich bin ja am Griff fest. Oh Gott, wie weit komme ich denn mit dem Zeug? Das reicht mir vorn und hinten, wenn ich dann... Dann geht es dir. Am Globherb. Was ist das? Oh, es wird lichter, es wird heller, es wird angenehmer, es wird schöner, es wird brüchiger. So, oder so. Oh, wir sind in der BM. Und wir sind am Ende. Und das soll, entweder ist es eine Mücke oder eine Wespe oder... Ich glaube, das soll eine Mücke darstellen. Okay, der Sumpf, der hat mir jetzt noch nicht so gut gefallen. Aber es war doch schön. So Bärenpflücken im Wald. Wir sind... Also ich und meine Familie sind eher so die Pilzepflücker gewesen früher. Nicht so Bärenpflücker. Aber trotzdem ganz schön. Und das Foto, das Foto wird auch immer mehr hier, ne? Und das ist einfach nur, das ist abgerissen. Ja, ein weiteres Kapitel ist geschafft. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.